Hier im Studio begrüße ich Jerry Sommer. Sie sind Friedensforscher und Journalist, beschäftigen sich auch natürlich mit Nordkorea. Inwieweit sind denn solche Verbalattacken, wie wir sie im Moment erleben, wirklich gefährlich? Also zum Ersten muss man ja sagen, das kommt alle paar Monate vor. Vielleicht ist das jetzt besonders zugespitzt, weil eben Trump diesen, doch gerade auch an den Tagen der Atombombenabwürfe, sehr dramatischen Satz gesagt hat, es wird Feuer, wie es noch nie gegeben hat, auf Nordkorea niederrechnen. Trotzdem, es ist eine Situation, die nach wie vor auf der verbalen Ebene stattfindet. Man weiß nie, ob sowas nicht angesichts der Unklarheit zum Beispiel der Seegrenzen, die es gibt im Rahmen um Korea herum, ob da nicht Scharmützel entstehen und man weiß nicht, was daraus wird. Allerdings glaube ich nicht, dass die USA tatsächlich einen Militärschlag ausüben werden und insofern ist ein Krieg meiner Meinung nach sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber diese, ah, da kommen wir später nochmal zu, aber diese Verbaläußerung, da will ich nochmal darauf zu sprechen kommen, von US-Präsident Donald Trump, wirken die nicht dann provozierend auf den nordkoreanischen Machthaber? Natürlich, genauso wie vorher die Äußerung, alle Optionen liegen auf dem Tisch, die ja auch nichts anderes beinhalten, als dass man Nordkorea angreifen kann. Und wenn man so will, ist das damit ja auch, wird das benutzt und ist auch real so, dass das ein Argument dafür ist, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm fortsetzt, weil es darin den einzigen Schutz sieht, mit denen es vor einem US-Angriff, der für das Land möglich ist. Ich vermute aber, Sie plädieren dafür, diese Verbalattacken zu unterlassen. Das würde sicherlich dem Frieden förderlicher sein. Natürlich. Es ist eine Deeskalation nötig gegenwärtig und zwar von beiden Seiten. Auch verbal? Gerade verbal fängt man an, das reicht aber nicht. Sicherlich ist auch noch mehr an Diplomatie notwendig. Dazu kommen wir gleich. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Der amerikanische Außenminister Rex Tillerson ist ganz Diplomat. Sein Chef, Donald Trump, habe doch lediglich eine starke und klare Botschaft an den nordkoreanischen Machthaber gesandt. Dies mache Trump nun mal in einer Sprache, die Kim Jong-un verstehen könne. Während der amerikanische Präsident also verbal aufrüstet, rüstet der US-Außenminister ab. Und zwar in einem Flugzeug. Auf der Reise von Malaysia nach Washington mit einem überraschenden Zwischenstopp auf Guam. Ja, Jerry Sommer, also da versucht der US-Außenminister zu deeskalieren, verbal. Nun hören wir immer wieder aus Nordkorea, es gibt Raketentests auch mit Atomsprengköpfen. Wie gefährlich ist Nordkorea wirklich? Nordkorea hat sowohl Atomsprengköpfe als auch arbeitet es an Langstreckenraketen, hat schon Kurzstrecken- und Mittelstreckenraketen. Es ist noch nicht ganz klar, inwieweit sie diese Atomsprengköpfe auch auf diese Raketen drauf montieren können. Aber ist es damit eine Bedrohung für die USA oder auch für Südkorea oder Japan. Ich halte es für eine absurde Vorstellung zu glauben, dass Nordkorea irgendwelche Angriffe starten würde. Weil das Regime ist rational. Das Ziel von Kim Jong-un ist, seine Macht und sein System zu stabilisieren und zu erhalten. Und jeder Angriff wäre selbstmörderisch. Und insofern ist eine Bedrohung, so schlecht es ist, wenn die Atomwaffen oder auch Raketentechnologie haben, eine Bedrohung für die USA überhaupt nicht gegeben. Ja, aber was nutzt ihm das, wenn er mit den Atomraketen droht? So richtig rational kommt mir das ja nicht vor. Die Diplomatie könnte ihn doch viel mehr stabilisieren. Er hat zwei Gründe. Einmal, dass ein Sicherheitsbedürfnis, seine Bedrohungswahrnehmung ist, dass die USA sein Regime eventuell angreifen und kaputt machen wollen. Und zweitens eventuell auch mithilfe des Atomprogramms ökonomische Vorteile herauszuholen. Also als Bargaining-Chip auf dem Verhandlungstisch. Insofern ist das rational. Aber es schließt nicht aus, dass auch durch Verhandlungen man zu Ergebnissen kommt. Kann man mit Nordkorea verhandeln? Es hat bisher ja schon mehrfach funktioniert. Es gab zwischen 1994 und 2002 ein Einfrierabkommen sozusagen, was damals von Präsident Bush aufgekündigt worden ist. Also im Prinzip ist es möglich. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen ist es heute möglich? Aber kann es nicht sein, dass wir vielleicht aus Versehen in einen solchen militärischen Konflikt geraten, wenn doch so viel Säbelrasseln allen Teilen zu hören ist? Natürlich. Das ist die Gefahr, dass zum Beispiel irgendwelche kleinen Scharmützel an der Seegrenze, die nicht definiert ist, stattfinden und dann beide Seiten meinen, eskalieren zu müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, beide Seiten wissen, dass eine militärische Lösung nicht machbar ist. Ohne dass Hunderttausende Südkoreaner sterben, eventuell auch Japaner und in Guam. Also beide Seiten würden verlieren. Auf jeden Fall. Ja. Zum US-Territorium gehört die kleine Insel Guam im Westpazifik. Sie liegt weit näher an den Philippinen als am amerikanischen Festland. Sie ist etwa so groß wie die Stadt Köln, nur leben da sehr viel weniger Menschen. Guam ist ein wichtiger Militärstützpunkt der USA. Jerry Sommer, wie sollte jetzt eigentlich die Welt auf die Provokationen Nordkoreas optimalerweise reagieren? Nun, ich würde auch sagen, auf die Provokationen Trumps. Und ich glaube, auf beides muss reagiert werden, indem man realistische Verhandlungslösungen anstrebt. Insbesondere die USA muss ihre bisherige Position verändern, die die Vorbedingungen enthält. Nordkorea muss auf seine Atomwaffen und seine Raketentechnologie verzichten, bevor man überhaupt in Verhandlungen einsteigt. Das ist ein unrealistischer Plan. Damit macht man Verhandlungen von vornherein unmöglich. Ich glaube, die Welt sollte den Vorschlag, den China und Moskau und zum Teil auch der nordkoreanische Machthaber ab und an mal angesprochen haben, aufgreifen. Nämlich ein Einfrieren des Atom- und Raketenprogramms Nordkoreas gegen ein Einfrieren der Militärmanöver der USA und Südkoreas in der Gegend. Ein solches gegenseitiges Einfrieren, was eben auch beinhaltet, dass von Guam keine atomwaffenfähigen Bomber mehr über nordkoreanische Grenzen beziehungsweise an den Grenzen vorbeifliegen. Ein solches Einfrieren auf beiden Seiten, das würde helfen. Das würden Sie vorschlagen. Aber das heißt, wenn Nordkorea auch das Atomwaffenarsenal einfrieren sollte, dann müssten aber auch internationale Beobachter da rein. Und das könnte ich mir nun gar nicht vorstellen, oder? Das gab es ja auch schon. Das gab es sowohl im letzten Jahrzehnt als auch in den Jahren 1994 bis 2002. Das ist Verhandlungssache. Und wenn man Nordkorea dafür entsprechende Sicherheitsgarantien bietet, eventuell auch ökonomische Vorteile, zum Beispiel Aufhebung der Sanktionen, zum Beispiel auch einen Friedensvertrag, den die Nordkoreaner fordern und eigentlich seit 54, 64 Jahren nur ein Waffenstillstand da ist und kein Friedensvertrag, weil die USA das ablehnen. Es gibt keine US-Botschafter in Pyongyang. Also wenn da auch Schritte der Deeskalation, der politischen, Verbesserung der politischen Verhältnisse gemacht werden, sehe ich durchaus Möglichkeiten zu Verhandlungslösungen. Also Sie sagen, die Provokation geht von beiden Seiten aus, wenn ich Sie richtig verstehe. Von Nordkorea hören wie allen Teilen immer mit den Atomraketentests und von den USA aber auch, wegen der Militärmanöver und der Stationierung der atomaren Waffen, aber auch wegen der Sanktionen, auch weltweit. Das heißt, wir müssen das, was jetzt im Moment passiert, einfach wieder zurückfahren, was allerdings unter Trump kaum vorstellbar ist. Nun, warum nicht vorstellbar? Weil er hat ja auch gesagt, Nordkorea, mit Nordkoreas Machthaber würde ich auch sprechen. Insofern, also der sagt ja heute das und morgen das und beides immer in Superlativen. Insofern muss man sagen, da ist ein Fenster der Möglichkeiten gegeben. Aber der internationale Druck sollte sein. Ich finde zum Beispiel, die Bundesregierung sollte nicht einfach sagen, ich bin für Deeskalation. Sie sollten ganz konkret vorschlagen, dass man diesen Einfriervorschlag auf den Tisch legt von Seiten der USA. Und dann im Rahmen der UNO das Ganze verhandelt? Im Rahmen der UNO. Erstmal müssen natürlich die USA und Nordkorea überhaupt miteinander reden. Dann gibt es diese sechs Parteiengespräche, wo Russland, China, Japan, Südkorea, USA und Nordkorea daran teilnehmen. Welches Format ist dann zweitrangig, wenn erstmal die USA überhaupt den Willen haben, ohne Vorbedingungen mit Nordkorea zu verhandeln und maximalistische Ziele aufgeben? Also es gibt genug Vorschläge, es gibt genug Optionen, um das Ganze zu deeskalieren. Und Jerry Sommer, der Friedensforscher und Journalist, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Bitteschön.